Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Stabil, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Auch heute am Sonntag gibt es natürlich die reguläre ÖPNV News. Abseits der Gamescom ist natürlich auch einiges passiert und das wollen wir jetzt hier gerne in dieser Folge abarbeiten. Denn es ist die neue Strecke Frankfurt-Koblenz für den Train-Simulator 2020 erschienen. Ebenfalls hat 3D-Zug sein ICE 1 veröffentlicht und wir haben neue Informationen zum OMSI 2 in London. Das alles und mehr gibt es jetzt hier in den News. Am 27.08.2020 ist das neue Train-Simulator Adon Frankfurt-Koblenz von Daftair Games erschienen, so heißt es auf Steam. Die für ihre natürliche Schönheit und historische Bedeutung bekannte malerische Linke-Rheinstrecke und die Mainbahn sind beide Teile der Strecke Frankfurt-Koblenz im Train-Simulator 2020. Insgesamt haben wir hier 130 Kilometer Strecke. Die malerische Linke-Rheinstrecke von Koblenz Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof, die historische Mainbahn von Mainz Hauptbahnhof nach Frankfurt, 34 detaillierte Bahnhöfe, enthält Regional- und Fernbahnhöfe am Flughafen Frankfurt. Der Bahnhof Gatorway Gardens ist ebenfalls enthalten. Es gibt die Baureihe 429.1, die 411, die 423, die 101, die 185.1 und die 294. Wir haben insgesamt 7 Karriere-Szenarien und 3 Szenarien für das Rail-Fan-Modus. Das Ganze kostet auf Steam 29,99 Euro. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt kaufen. Es ist nämlich jetzt schon verfügbar. Wir bleiben beim Train-Simulator, denn auch hier gab es wieder was Neues, denn 3D-Zug meldet sich zu Wort. Von vielen Sehnsüchtig erwartet gab es sich zunächst ein wenig schüchtern und scheute noch das Rampenlicht. Doch nach etwas gutem Zugspruch stürmte unser ICE 1 nun voller Selbstvertrauen die Bühne und erobert die Schienen und die Herzen im Flug. Insgesamt sind jetzt hier der ICE 1 hochdetailiert, voll nachgebildet, jetzt für den Train-Simulator 2020 verfügbar, voll begehbar. Alle Wagen haben aufwändige Innenaussichten auf ganzer Länge. Jeder Wagen wurde individuell gefertigt. Detaillierter Führerstand, Taufnahmen. Der grüne ICE ist enthalten. Erweiterte Funktionen unter anderem die SIFA, AFB, PZB90, LZB und die Ebola. Realistischer Sound, ein Handbuch, sechs Aufgaben für jeweils zwei, Hamburg, Hannover, Frankfurt Hikespeed und Berlin, Leipzig enthalten. Für die Szenarien werden allerdings noch das Verkehrspark Güterwagen und die BR442, DTG und Metronomen benötigt. Das Ganze kostet auf der Seite von 3D-Zug 29,07 Euro, aktuell natürlich die Mehrwertsteuer gesenkt. Wer sich den jetzt hier kaufen möchte, da packe ich euch den Link unten in die Videoschreibung mit rein. Kommen wir zu OMSI 2 London. Wir haben das Ganze ja bereits schon auf der Aerosoft Pressekonferenz ja schon so weit angeteasert, dass da jetzt nun doch was kommt. Jetzt gibt es aber mal wieder ein paar Neuigkeiten. Unter anderem sind jetzt die Busmodelle aufgetaucht, die jetzt mit dabei sind. Wir haben hier den ADL Enviro 200, den ADL Enviro 400, den Evo City und den Rideboos New Rootmaster. Folgende Linien werden mit erteilten sein, unter anderem die Abelio London, die 3N3, die bereits schon bekannt aus dem South London Project sind, die 159, die 201 und die 415. Go Ahead London haben wir hier die Linie 12, 45, 68, X68, die 322, die 432 und die P5. Arriva London hat die Linien 59, 133 und N2. Und zusätzlich gibt es auch noch einen Schienersatzverkehr Rail Replacement Service von der RRP. Okay, das aktuell ist jetzt das, was jetzt rausgekommen ist und es ist noch ein kleines Bild aufgetaucht, welches das Datum zeigt. Aktuell soll es wohl jetzt am 7. November rauskommen, so wurde das Ganze jetzt bei Amazon gelistet. Ob sich das dabei um ein Fake-Bild handelt, können wir jetzt hier nicht sagen. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir das Ganze jetzt hier erstmal vorsichtshalber als Gerücht einstufen müssen. So weit, so gut. Wir bleiben bei Omsi, denn auch von Berlin BRT ist irgendwas Interessantes aufgetaucht. Und zwar hat man bei dem Handbuch von Berlin BRT einiges über das C2 Add-on rausfinden können. Unter anderem hat man das Ganze jetzt, wie gesagt, im Handbuch von Berlin BRT rausgefunden, dass es wohl einen Citigo Standard geben soll. Ein 2-3-Türer, ein Citaro artikuliert, 3-4-Türer, Citaro Ü mit 2 Türen, Citaro GU 3 Türen und ein Citaro LE 2 Türen. Ob das Ganze jetzt noch für das Berlin BRT Ende nachgeschoben wird oder ob das schon das Handbuch ist für die C2 Stadtbusfamilie Volume 1, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir werden euch aber weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald da neue Informationen da sind. Auch hat Projekt Lattbeck sich mal wieder zu Wort gemeldet, wo wir noch in der letzten News noch berichtet hatten, dass sie ja ihre aktuellen Projekte pausieren mussten, weil es da wohl Probleme mit der Bing-Map gab. Konnte man das Ganze jetzt bereits schon beheben und man arbeitet natürlich jetzt wieder fleißig an der Linie 721 und somit ist auch schon die erste Testfahrt zwischen Flughafen und Hauptbahnhof auf dieser gigantischen langen Buslinie jetzt nun abgefahren. Hat dazu einen Screenshot gemacht, allerdings wirkt das Bild irgendwie ein bisschen wie vom Handy abfotografiert. Sieht ein bisschen überbelichtet aus. Ob das Ganze jetzt der Wahrheit entspricht, können wir jetzt natürlich nicht sagen. Allerdings wurde das Ganze offiziell von Facebook gepostet. Dementsprechend können wir davon eigentlich von einer sicheren Quelle ausgehen. Dementsprechend, falls es hier wieder neue Informationen gibt, dann erfahrt ihr das hier natürlich bei uns. Der Microsoft Flight Simulator, auch hier gibt es mir als Neues. Aerosoft hat den ersten DRC für den Microsoft Flight Simulator 2020 veröffentlicht. So heißt es auf der Website von Aerosoft. Gratis für sie, A ist der Airport Paderborn-Lippstadt. Der erste Aerosoft und deutsche Flughafen-DRC für den Microsoft Flight Simulator ist ab sofort erhältlich. Wir sind stolz darauf, unseren ersten Microsoft Flight Simulator Flughafen DRC zu präsentieren und ihn kostenlos anzubieten. Entdecken Sie Aerosofts Heimatsflughafen Paderborn-Lippstadt im neuen Microsoft Flight Simulator. Der in Paderborn gelegene Flughafen Paderborn-Lippstadt befindet sich in Deutschland, Nordrhein-Westfalen und ist nur ein Katzensprung von den meisten mitteleuropäischen Flughäfen und Drehkreuzen entfernt. Folgende Futures sind mit enthalten. Eine detaillierte Nachbildung des Flughafens Paderborn, benutzerdefinierte Luftbilder, die den Flughafen und die Umgebung abdecken, aktuelle Start- und Landebahn, Rollbahn- und Standlayouts, benutzerdefinierte Rollbahnbeschilderung, realistische Nachtbeleuchtung, genau Darstellung des Terminates, kunstspezifische Jetway-Modelle und kunstspezifische Windsack-Modelle. Das Ganze findet ihr allerdings nicht auf Steam oder im Store von Microsoft, sondern das Ganze müsst ihr euch dann halt auf der Seite von Aerosoft direkt unterladen. Dementsprechend, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Gehen wir mal wieder zurück zur OMSI in dem britischen Bereich, denn auch hier gab es natürlich einiges. Neben OMSI 2 London hat sich jetzt auch, ja, Master Switch schon mal wieder zu Wort gemeldet und hat mal ein kleines Teaser-Bild veröffentlicht. So heißt es, auf dem Virtual Hub-Server ist ein neues Bild von drei Bussen von Master Switch Studios erschienen. Hierbei handelt es sich um folgende Busmodelle der Firma Wright Bus. Ganz links sehen wir den Street Deck, dieser ist aus dem Gen 3-Pack schon viel bekannt, hier als Hydrogen-Wasserstoff-Variante. Der Eclipse in der Mitte, ein Bus, der bisher nur als Freeware-Bus aus dem Fellow-Films-Forum bekannt ist. Wir vermuten, dass dieser Bus bei einem späteren DLC mitgeliefert wird. Und rechts haben wir den W-Ling, ein Bus, der bisher auf der Master Switch Webseite und das W-Ling-Pack und Yorkshire V3 angeteasert wurde und nun auch als erstes Screenshot hier gezeigt wird. So heißt es, wie gesagt, dort aktuell. Morn Project, wir hängen sich auch wieder mit neuen Bildern zurück. So heißt es aktuell, ein paar neue Screenshots wurden für das Morn Project veröffentlicht. Hier seht ihr die Einfahrt in den Busbahnhof, der nun vollständig gebaut wurde. Link, wie gesagt, ist auch unten wieder in der Videobeschreibung mit drin. Und zu guter Letzt haben wir mal wieder was Neues zu Yorkshire in der Version 3. Für Yorkshire Version 3 wurde nun der mitgelieferte Bus bekannt gegeben, White Bus Wailing B8 RLE mit der neuen Sturls Front. Das Yorkshire DLC wird vom Master Bus Wailing Pack veröffentlicht, um euch einen Einblick in die Wailing-Serie zu geben, heißt es aktuell. In Kürze bei OMC 2, so steht das Ganze da. Wir halten euch dann natürlich weiterhin auf dem Laufenden. So, und das war es erstmal somit für die News für diese Woche. Heute Abend gibt es nochmal ein weiteres Video, ein weiteres kleines Interview, was wir hier führen durften, allerdings nicht wirklich filmen durften. Dementsprechend schauen wir uns das Bildmaterial dazu an und ich lese euch praktisch alles vor, was wir da uns dann notiert hatten. Dementsprechend solltet ihr mehr von dem Bus Simulator 21 sehen wollen, denn es ist wie gesagt heute Abend um ab 8, ab 20 Uhr, wird das Ganze dann dementsprechend freigeschaltet, weil vorher ist ein kleines Embargo noch drin. Sonst guckt einfach mal vorher da vorbei in den Livestreams, da wird der Bus Simulator nämlich im Livestream von Astrakon schon bereits gezeigt. Sonst verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns dann hoffentlich, ja, nächste Woche obligatorisch hier wieder am Sonntag zu der nächsten Ausgabe der ÖPNV News. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!